So, dann wollen wir weitermachen hier. So, dann kommen wir weitermachen. Das war's. Das war's für heute. 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 Ja gut, hier hast du... Hier hast du auch, also das weiß ich, dass du ein paar Mobs hast. Also jetzt gerade so Ra-Mobs oder sowas, die halt nur nachts da sind. Aber du hast hier ja auch tagsüber, also tags um 3 Uhr kann hier auch nachts sein. Ich mein, du hast einen Wechsel von 2 Stunden oder so, 2 Stunden Tag, 2 Stunden Nacht. Alter, was man dort nur 9 Sekunden hält. Okay. 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 Tagsüber ist eh viel schöner. Tagsüber ist eh viel schöner. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh man, Kollege, ist geil, wie er sich immer über das Leben aufhängt, immer arbeiten, immer diese Euronie dabei. Mensch, arbeiten ist das Geilste, was der Mensch je erfunden hat. Ey, wenn man den kennt und das hört von dem, ne? Ja, dicker Feldgegner. Dann nimm mal auf, davon zu schwärmen, ey, ich glaub so. Ja, das ist das Problem. Ah, das finde ich gut. Dein eigener Dot, also die Zeit deines eigenen Dots, die wird ein bisschen anders angezeigt. Dann siehst du, welcher Dot deiner ist. Ja man, 1000 EP für den Fake. Leck mich am Arsch. Was hast du vorhin gesagt? Ich muss weiter schwärmen, ne? Okay. 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 Ich frage mich, wie lange ich die Videos machen soll. Okay. Okay. Das war's für heute. 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 No, 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 no Und meine erste Zwischensequenz, wo man jetzt alleine spielen muss. Als wir mal mit einem Luftschiff abgestürzt sind, wurden wir von einem riesigen Baumschratt in den halben Wald gejagt. Ist das vielleicht unsere verdächtige Gestalt? Das war natürlich mal wieder Papa Limos Schuld. Aber der feine Herr würde lieber seinen Stab verschlucken, als seine Fehler einzugestehen. Nein, das glaube ich nicht, Trico. Kupplokop, kennst du sie etwa? Wir sind in derselben Kutze gefahren, Kupplo. Erinnerst du dich? Und? Wie sind die Werte? Genau wie vorliegen. Auch hier wurde der Hälter empfindlich gestört. Ganz vor Kurzem. Wenn du Kupplo recht hast und du unschuldig bist, wer könnte dann der Übeltäter sein? Seit der Katastrophe vor fünf Jahren ist der Wald äußerst empfindlich. Der kleinste Wirbel im Erderfluss und... Schon passiert sowas. ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sie löscht aus, was lebt Doch dein Licht strahlt hin Du kannst die Vernichtung verhindern Die Lichtkristalle bergen die Kran, das Dunkel zu ballen. Du musst sie finden. Die Lichtkristalle bergen die Kran, das Dunkel zu ballen. Die Lichtkristalle bergen die Kran, das Dunkel zu ballen. Die Lichtkristalle bergen die Kran, das Dunkel zu ballen. Die Lichtkristalle bergen die Kran, das Dunkel zu ballen. Du bist einfach umgekämmt. Hm, und wen haben wir hier? Den Übeltäter. Das war kein gewöhnlicher Ixal, sondern ein Häuptling. Er hat sich ganz schön weit vorgewagt. Vielleicht wurde er dazu gezwungen. Hier ist Papalimu. Wir haben den Übeltäter gefunden. Ein Ixal-Häuptling. Ja, wir werden Esu-Mian um Rat fragen. Ein großer Kristall? Siehst du vielleicht auch Sterne? Verstanden. Ich melde mich wieder. Okay, wir sind in irgendeinem angemene Person auf einmal voll überraschend. Er ist in so einem Film stiert, wo er mir eigentlich denkt, oh, da kann jetzt auch so eine richtig coole Geschichte passieren und so. Er träumt ja schon, zack, ist die Person tot. Wir müssen weiter. Pass auf dich auf und bis bald. Ach ja, das Schwert konnte wichtige Hinweise liefern. Bring es zum Klageregiment am Stubben. Halt mal. Glaubst du, die Abenteurerin konnte Kublo-Kopp sehen? Na, das fällt dir ja früh auf. Ich hatte zumindest den Eindruck, auch wenn ich es nicht beweisen kann. Du hattest den Eindruck? Na, darauf ist der bekanntlich Verlass. Was, Papalimo? Wie du meinst, Ida? Mein Kollege hat, oder das Kollege, eine, die ich kenne, hat vor, ähm, hat am 11. August geschrieben, ja, ich lösche Facebook und so, keine Lust mehr an lange Geschichte, bla bla bla. Er ist halt immer noch bei Facebook und so. Okay. Das war's für heute. Ich kann es eigentlich noch gar nicht downloaden, oder? Ich weiß ja nicht, was ich machen muss, was ich machen kann. Ich hab keinen Anhalt. Ich weiß ja nicht, was ich machen muss. Ich hab weder einen Key noch eine Seite, wo ich weiß, dass ich die richtige... Es gibt ja nur zigtausend. Ich kann mich auch nirgendwo anmelden. Ich weiß ja nicht mal, ob das die richtigen Seiten sind, wo ich mich nicht anmelden kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß nix. Das pisst mich an. Mich so hart an. Irgendwann einen Code zu kriegen, wenn ich jetzt irgendwann könnte ich diesen Code irgendwo einsetzen. Ja. Das ist natürlich ne Aussage, womit ich nicht viel anfangen kann. Keine Ahnung. Ich bekam gestern oder vorgestern irgendeinen so umkommigen Promotion-Code für PS3. Meinst du, dass du mir den geben kannst? Ich weiß nicht, ob das der für die Beta-4 gedacht ist und dir eventuell was bringt. Können wir es versuchen. Können wir. Warte nur kurz. Ich muss vielleicht mal kurz wieder Aufnahme stoppen. Keinen Stress. Mach... Kannst du mir auch erst, wenn du sagst, ich möchte nur gern 10 Minuten streamen, wie du möchtest. Ich stream eigentlich. Ich nehm ja nur auf. Ja, mein ich ja. Passt schon. Kurz Pause jetzt hier und dann wieder auf Deutsch.